Wir hatten Besuch aus Bayern. Meine Schwester und eine Freundin sind zu Besuch gekommen. Lucky haben wir im Café erstmal mit Karottenkuchen bestochen, denn wir wollten einen Bubbel- und Shopping-Tag machen. Ich habe die beiden auch in meinen Lieblings-Second-Tent-Laden mitgenommen. Hätten wir jetzt dich. Hätte cool sein können. In der Spielzeugabteilung habe ich dann auch gerade rechtzeitig noch einen Adventskalender für Lucky gefunden. Letztes Jahr haben wir das ja noch ausgelassen, weil Lucky es eh nicht so richtig gerafft hätte. Aber dieses Jahr wird das bestimmt richtig schön. Was war denn immer in euren Adventskalendern drin? Ich könnte nämlich noch so ein bisschen Inspiration brauchen. Für mich, Herr Lucky, und mich geht es morgen aber erstmal in den Portugal-Urlaub. Die Weihnachtsdicke hole ich dann danach raus.